Musik Äh, hallo? Willkommen in Freddy Fazbear's Pizzeria. Du übernimmst für heute die Nachtschicht. Und keine Sorge, ich werde dir helfen. Als erstes musst du mit den Überwachungskameras auf die Animatronics achten. Einige Animatronics brechen jetzt schon aus. Suche sie mit der Kamera. Beachte aber, dass du Strom verbrauchst. Du musst auch auf die Türen achten, denn von da schlechten sich die Animatronics ja an dich. Hallo? Oh? Pass auf Chica auf, die bleibt extra lange stehen. Warum bleibst du eigentlich so lange stehen? Weil ich auf meine Pizza warte. Pass auf Foxy auf, denn wenn du ihn in der Kamera siehst, ist er schnell bei dir. Glückwunsch, du hast die Nacht überstanden. Es gibt keine weiteren Gefahren mehr. Üps, und dann gibt es ja noch Golden Freddy. Üps, und dann gibt es ja noch Golden Freddy. Ich an das von mir auf die leer. Ich hatte den Litascen noch öG nostro divorzé. Deshalb habe ich mich bei mirair, von einem Joan und 따라 chi. Ich heilige dir. weiß ich peschatu... ... Vielen Dank.